Und wenn mich einer fragt, was ich dazu sage, dass ein neuer Innenminister gleich nach Amtsantritt eine Razzia beim Verfassungsschutz veranlasst, eine, die zweifelsfrei sicherstellen soll, dass man bei ihm im Amt genau weiß, was vorher so an Informationen über die eigene Partei und deren Umfeld gesammelt worden ist, wer die verdeckten Ermittler sind und so weiter. Jedenfalls nach so einem Vorfall, seien sie mir nicht böse, da spreche ich sicher nicht gedämpft von einem unappetitlichen Sittenbild oder dergleichen. Es mag an der leidvollen Vergangenheit meiner Generation liegen, aber der erste Reflex, der ginge bei uns wohl in Richtung Planung der eigenen Fluchtrouten. Sofern diese nicht bereits von dem stillen Herrn Bundeskanzler eigenhändig geschlossen worden sind. Darüber hinaus, wenn dann auch noch diese deutsche AfD ebenfalls eines dieser modernen politischen Phänomene am rechten Rand, nachschauen sie selber. Liebe Freunde von der Antifa, wir sind sehr froh, dass ihr heute alle da seid, denn die Polizei, vorne, an der Seite und nach oben, die filmen euch, die haben jedes einzelne Gesicht von euch. Und ich sage, ich sage euch, das kommt bei uns genauso wie in Österreich. Die FPÖ, unsere Schwesterpartei, die FPÖ, hat mittlerweile ist in der Regierung. Und einer der ersten Schritte, die sie gemacht haben, war, dass sie beim österreichischen Verfassungsschutz eine Razzia gemacht haben. Und die nächsten Schritte werden sein, dass sie mit euch, mit solchen Linksextremisten aufräumen. Und wenn wir an die Macht kommen, dann ist Schluss mit Linksextremismus. Das garantieren wir euch alle. Also wenn diese AfD dann anscheinend auch noch Inspiration aus einem solchen Vorgehen schöpft, Hurra, die gab's, nicht wahr? Und ja, wer sind denn die, die da als Linke so praktisch eingeschachtelt daherkommen? Wer ist da gemeint? Wie erkennt man die? Haben die alle den gleichen Friseur oder was? Sagen's nix, die stehen alle im gleichen Register, nicht wahr? Und deshalb sage ich es nun ein für allemal. Wenn sich jetzt nicht alle, die guten Willens sind, vereint dagegen stemmen, dann, liebe Leute, dann werdet's in mir etwas ganz Originelles vorfinden. Nämlich einen Verstorbenen, der sich Sorgen um die eigene Zukunft macht.